Wer ist da anders? Oh, hier sind welche! Links von dir, Richtung... Richtung dem Turm hinter den Spulen. Bist du oben am Rennen gewesen? Du hättest ja fast einen Headshot eingefangen. So viel Monitoring hast du doch gar nicht mit, Mats. Wo rennst du hin? Oh scheiße, da sind welche drin. Ah, und tot. Kacke! Ey! Ich hab ihn, ich hab ihn. Hä? Oh, Mensch. Okay, wir sind hier, wo der tote Skiff liegt. So, jetzt baue ich CPU-Lüfter und Grafikkarten, drei Stück. So, und den Domes wollten wir, ne? Ich geh mal draußen an der Pipe, äh, Luten. Versteck. Oh, schon geht's los. Ja, es geht. Geht's? Der schießt grundsätzlich erstmal, wenn der dich zieht. Schießen die auf uns? Nö, glaube nicht. Ich glaube schon. Braucht ihr einen AT-Stecker von euch? Was ist das? Was ist das? Diese roten Stecken? Nee, nee, die hab ich alle verkauft. Okay. Ja, wen braucht man später für eine Quest? Ja, aber... Wo schießen die denn? Ich seh die nicht. Ja, auf dem Turm wieder auf den roten. Ja, aber warum seh ich die nicht? Achso, ich krieg da wieder bloß durch den Busch. Aber der schießt sich auf uns. Nee, sah ich doch. Ich werf mal ne Granate da hinten. Da hinten ist auch welche. Ey, so weit hast du die geworfen oder? Ja. Hä? Ist der tot? Auf dem Turm? Ja. Ich seh ihn nicht mehr. Er muxt jedenfalls nicht mehr. Ist da oben noch ein Sniper irgendwo? Ja, hinten auf dem Silo. Ähm, hinten im Gerüst oben, den Hügel hoch. Da sind auch welche. Okay. Wir werden die wohl auf die geschossen haben, ne? Ja, der hat nach links unten geschossen, komischerweise. Oh. Du hast geschossen. Der ist da anders. Oh, oh, hier sind welche. Oh. Bei mir direkt auf unserer Seite. Ja, ja, der ist hier am Stein. Der ist am Stein. Rechte Seite von dem Stein. Werf Granate. Ja. Der hat mir das Bein kaputt geschossen, die Sau. Ja. Ist der abgehauen? Der ist hinter dem Stein noch. Ich hab bloß hinter dem Stein laufen sehen. Ich hab dem dreimal am Rücken geschossen. Okay. Äh. Alter Falter hat der mich zugerichtet. Der hat ne SKS, glaub ich, ne? Oh, okay. Der weiß genau, wo ich bin. Ich hab nix gesehen, bin direkt tot. Wo warst du? Äh, links von dir. Richtung... Richtung dem Turm hinter den Spulen. Okay. Scheiße, ey. Oh, hier kommt was. Ihr habt ja schon links bei mir, Matthias. Läufst du jetzt den Hückel hoch? Ja. Ja. Der hat PS Muni, 7,62. Äh, die tut auch schon weh. Ich seh und höre nichts. Also hat er der AKM gehabt. Hörst du was? Ne. Boah, ist noch einer. Noch einer. Noch einer. Aber der ist tot. Der andere ist hinten. Auf der anderen Seite der Straße. Den haben wir gekriegt, den einen. Aber mit was hat der geschossen? Ja. Hast du was gesehen? Ja. Schießt du da gerade? Ja. Wo ist der? Der hinten am Zaun. Ja. Ich hab ihn. Schön. Bist du oben am Rennen gewesen? Ja. Erstaunlich ruhig heute auf Customs. Ja. Hier waren bis jetzt die lautesten. Aber ich hab da hinten schon welche mit Schalldämpfer gehört. also. So ist das nicht. Oh, ich seh dich. Sitzt du am Baum, Alter? Ich sitz nicht am Baum. Ach, das ist ein Gegner, Alter. Nein, ich laufe jetzt. Ach so. Bitte nicht. Ach so. Du hättest ja fast einen Headshot eingefangen. Ja. Das glaub ich. Du siehst, du hast übers vollgepackt aus. So viel Monitoring hast du doch gar nicht mit, Mats. Jetzt mal gleich. Du kannst zu mir kommen, ne? Ja komm, lass mal richtig den Ausgang. Du musst ja nicht so lange warten. Ich bin runter zu bezügen. Mhm. Siehst du mich? Ja. Wenn du keinen Sichtkontakt mehr hast, direkt sagen. Oder wenn ich zu schnell bin oder so. Oh, du schießt noch runter. Mhm. Wo haben die denn geschossen, ey? Na von hinten vom Berg, glaub ich. Ich bin an der Mauer. Seh dich? Ich bin dran vorbei. Hier jetzt Richtung Zeltplatz. Mal kurz gucken, ob da ein USB-Stick liegt. Ich bleib an der Mauer. Ich lauf viermal an der Mauer. Ja, ja. Sowieso. So. Ich muss einmal in Zweiergebäude hier in den Dorms. Habe ich überhaupt den Schlüssel dabei, ich Idiot? Ja. So. Komm mal an der gleiche Tür wieder raus. Geh rein zur Mauer. Wo bist du? Ich bin hier oben. Ja, hab's schon gehört. Jetzt müssen wir aufpassen, dass sie nicht aus der Dorms Reihe rausschließen. Wo rennst du hin? Oh, scheiße. Da sind welche drin. Ah. Und tot. Kacke, ey. Ahhhh. Wie ist das bei dir im Atelier? Schleiche. Bist du bei mir an der Leiche oder bist du da? Ne. Bist du schon vorbeigerannt? Ne, ich bin noch da. Okay. Du könntest ja abwarten, bis der lootet. Und dann könntest du dir einen Headshot geben. Wenn er so doof ist. Ich sehe es nicht. Es ist zu viel Gebüsch hier. Ich hab bloß Schritte gehört. Draußen oder drinnen im Gebäude? Draußen. Ja, dann wird jetzt mal eine Leiche gelootet. Am Auto. Hinterm Weg. Am Baum. Gibt's noch eine Treppe? Ja. Feuerwehrleiter. Dann rett er zu mir oder ist reingewandt. Hey. WB. Seid ihr raus? Ne. Ne, noch nicht. Mal bitte leise. Scheiße. Oh, hinter mir war auch noch einer. Oh, fuck. Ich werfe an der Granate. Seid ihr noch unten? Ja. Ich bin auf dem Hügel. Auf. Ist. Ich loote den oben auf dem Berg. Ja. Der hat nämlich eine Waffe. Oh, ich glaube ich habe auch einen gekillt da oben. Ja, können wir jetzt erstmal auf den anderen. Also der eine kannst du nicht sehen. Wo ist der? Wo ist der? Ich habe jetzt eine Waffe. Hier bei mir. Ich bin unten an der Mauer gleich. Ja, ich sehe dich an einem Baum. Okay. Der muss hier irgendwo sein. Der läuft, ich höre den. Ganz hinter der Mauer. Ey. Ich habe ihn, ich habe ihn. Ey, du hast mich erschossen Alter. Du bist an der Mauer? Ja, der lag auf der Erde, der Idiot. Ich habe auf ihn geschossen, aber der hat ja nichts gemacht. Ihr habt mich alle abgeknallt. Ja, da musst du auch was sagen. Och, Matze. Das muss ich sagen. Ja, das musst du auch sagen, Matze. Das liegt. Ist dort jetzt noch einer? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.